So, liebe Hühnerdiebe, für ein Roadkill-Hühnchen mache ich eine Marinade aus Pfeffersalz, Curry, Cajun, Paprika, Limette, Limonenöl, Knoblauch und fein gehackten Chili. Bedeckt den Vogel großzügig damit und lasst ihn mindestens eine Stunde ziehen. Bereiche ich den Grill für indirektes Grillen vor. Das liebe Federvieh auf den Rost. Nach etwa einer Stunde kontrolliere ich und fertig. Das liebe Federvieh auf den Rost.